willkommen zurück zu einer neuen folge von fallout 3 immer noch beim operation anchorage dlc ans deathboy könnten uns mal noch starten der wir vielleicht auch gar nicht so dumm wenn ich mal ehrlich bin denkt man schaden kann es nicht so wir müssen aber jetzt erst mal hier unten rum die brücke hat es ja leider ein wenig zerlegt ich glaube ich gehe auch lieber auf die schallgedämpfte noch mal leben wir auch schön ich hoffe da finden wir demnächst noch mal was dass wir uns da ein bisschen hoch heilen können aber ansonsten müssen wir uns hier ein wenig rücklern zufrieden geben ich probiere mal vielleicht wenn ich eine andere dextre version nutze vielleicht geht das ja dann tatsächlich besser vielleicht nach der folge mal ausprobieren nach der folge mal umstellen ich glaube bei scaldum war es ja auch so dass da die ältere dextre version besser lief als die aktuelle von daher vielleicht liegt es ja daran mal schauen mal schauen kommt er einfach zum spielen hier runter aber wie gesagt auch hier ähnlich wie bei skyrim ich habe meine schleichfähigkeit auf 100 eigentlich sollte man mich hier nicht mehr wirklich entdecken aber gut so einfach wird das dann nicht ganz gehandelt so kühlenposten von anchorage so irgendjemand hat hier gerade irgendwas weggeballert erinnern wir das doch mal so lobe ich mir das äh wo ach da so du darfst du nämlich auch mal weg mein freund kommen noch mehr naja wir haben ja zumindest mal noch zwei zum mitnehmen zack 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 wieso summt die eigentlich die ganze zeit so so lebensenergie ist cool munition ist auch cool da lässt sich doch was mit anfangen ah das legen wir uns mal auf erst gar nicht fünf die wäre noch frei dafür brauchen wir halt dann die zellen also das füllt sich mit der mit diesen munitionspacks nämlich nicht mehr auf oder nicht automatisch auf aber das ist halt auch eine relativ starke waffe also gar nicht geht die dann auf elektro ich glaube ja fast schon flup da fallen noch sachen runter da haben wir einen gegner der auf uns zukommt ah hätte ich vielleicht manuell schießen sollen was halt leider auch nicht viel besser geht das ist halt das was ich gemeint habe also selbst wenn du auf den kopf zielst heißt noch lange nicht dass du den kopf triffst aber bisher komme ich mit dem schleichen ja ganz gut voran muss ich ja mal zugeben hier noch was interessantes ups dann mal ab rein hier so zu 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 ab nach oben ah ah hallöchen na verdammt an diesem ort wimmelt es nur so von roten fast hätte ich es nicht geschafft wie haben sie wieso haben sie denn so lange gebraucht ja ja brechen sie sich bloß nicht den arm wenn sie sich selbst auf die schulter klopfen grün schnabel sie haben den einfachen weg genommen also wie sieht die lage aus hauen wir ab und jagen den ort hier zur hölle ähm warten sie mal eine sekunde haben sie noch munition übrig ja ich kann noch ein paar patronen abgeben gut dann gehen wir ich gebe ihnen rückendeckung das ist nett so drei artillerie geschütze sollen wir zerstören naja schauen wir doch mal ich glaube sonst war hier nichts interessantes mehr oder ne zu die klippen vorsicht in der nähe dieser ränder dort geht es verdammt tief runter aber du kannst ja dann notfalls wieder hochklettern wir haben gesellschaft vor uns ja den kann ich doch bestimmt mal wegsnipern oder mit auf drei hatte ich glaube ich den sniper jawohl ich bin mal gespannt wie soll ich ziehe jetzt genau auf den kopf und treffe nicht treffe immer noch nicht das ist halt eben das problem so und die sind wieder versteckt schön kommt schon ihr roten Mistkerl mhm Hitboxen sind halt auch mal wieder toll boah ich bin die ganze Zeit echt so viel am meckern aber es läuft halt auch nicht so wie ich mir das vorstelle ich bin es halt einfach glaube ich von unglaublich echt zu verwöhnt was äh was Skyrim angeht dass ich da deutlich besser durchkomme kommt schon ist das alles was ihr drauf habt so du hast ja auch ein bisschen hier aufgeräumt ähm hier gab es auch noch ein paar Sachen zum erkunden und äh versteckte Sachen von daher ich weiß gar nicht müssen wir wo müssen wir denn hin ich glaube wir müssen da hoch von daher schadet es mal nicht hier unten vorbei zu schauen über dieses Rohr sollen wir drüber und ich dachte ich wäre hier der lebensmüde naja passt schon so na gut da ist zumindest Leben ansonsten Einsatzspeicher aha könnten wir es halt rein packen ähm was sagt eigentlich haben wir eine Karte hier überhaupt ja haben wir sogar Höhen Außenposten schauen wir vielleicht erst mal hier noch rein nein so schon mal nicht machen wir es doch einfach mal so genau hier diese Dinger so ein von zehn Informationen ich hoffe mal dass ich alle finde es gibt nämlich bestimmt ähm zack 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 Entschlüsselung Dragonier Mission die CH3 Anlage eingenommen haben haben sich bei ihrer bei ihren achso das sind die waren es war halt nicht komplett übersetzt zwei an drei Angriffen östlich der Klippen zu Nutze gemacht achso die östlichen Klippen zu Nutze gemacht ähm ja diese Klippen sind verteidigungsunfähig zu lassen ist gefährlich bla bla ist in Ordnung ja wie gesagt ist halt so ein bisschen rumgebla von den von den Chinesen was wir da so ab und zu noch finden gut deswegen hat es sich ja schon mal gelohnt hier rüber zu kommen ich glaube hier dürften auch nicht mehr allzu viele Gegner sein von daher renne ich einfach mal weiter aber ich glaube wenn wir uns ein bisschen umschauen dürften wir auch alle von also alle Koffer finden da ist ein Gegner irgendwo von daher speichere ich mal und bleibe mal im gedruckten Modus wenn ich nur noch einen einzigen Tag lebe ohne auf einer Katzenleiter rumtonen zu müssen kann ich glücklich sterben ist doch schön hast ja schon richtig was erreicht in deinem Leben hier ist ein kleines Geschenk von Anker da bist du gut ich glaube den hatte ich einfach nicht auf dem Radar im wahrsten Sinne des Wortes weil hier sollte doch noch jemand sein da sind die auch nur am rumgammeln da okay da brauche ich ein Scharfschützgewehr obwohl die sind gar nicht mal so schlecht die Werte hier aber ich glaube trotzdem sind wir dann du ballerst halt die ganze Zeit schon drauf los obwohl ich das eigentlich gerne schleichend machen wollte aber das ist halt immer so die Sache mit dem Bethesda spielen und begleitern ist halt echt immer so ein Ding ist ja in Ordnung so kommen wir hier noch irgendwo hin da wäre auch noch so ein Einsatzspeicher da müssen wir glaube ich auch nicht hin aber vielleicht haben wir da auch noch mal einen weiteren Koffer drin mal schauen nee aber ein Holoband stimmt das andere habe ich mir noch gar nicht angehört Anfang des Audio-Protokolls hier spricht Captain Zachary Lloyd US-Armee Sicherheitsabteilung Anchorage Alaska seit zwei Stunden ungefähr greifen uns die Chinesen an von überall her krachen Geschütze auf uns ein die ganze Basis wird von Schiffen aus bombardiert denen ist es egal wen sie treffen alles weist darauf hin dass sie sogar mehr von den Iren als den unseren getötet haben ihre eigenen Soldaten sind denen offenbar vollkommen egal wenn es so weiter geht haben wir in weniger als einer Stunde nur mehr einen Friedhof hier dann rücken die Chinesen ein und schlagen ihre Zelte auf Gott stehe uns bei Gott stehe Amerika bei hm so ich glaube das andere können wir uns auch noch mal kurz anhören ah Grüße aus Point Lookout genau das werden wir auch noch machen aber ich glaube den machen wir auch relativ zum Schluss das war nämlich gar nicht mal so einfach ich hoffe du wirst dieses Band irgendwie bekommen ich habe nicht viel Zeit hinter dieser nächsten Anlage befindet sich der Eingang zur Artilleriebasis keine Ahnung was uns dort erwartet also aufgepasst ich habe noch nie so viele Kriegsschiffe auf einem Haufen gesehen Sergeant Lowry hat dem Zug befohlen sich in 15 Minuten in der Messe zu versammeln wir sollen uns auf den Klippen verschanzen und den Vormarsch der Chinesen bremsen bis das Zivilpersonal herausgeschleust werden kann danach halten wir die Linie möglichst lange ich habe mit Darnay, Cielo und Dallas gesprochen wir sind uns einig dass wir uns nicht ergeben dürfen ich habe es dir nie gesagt aber es war diese Nacht in Cleveland auf dem Riesenrad in der ich mich in dich verliebt habe das war es dann wohl mit dir naja gut die wussten zumindest mal was auf sie zukommt Höhlenpassage könnten wir auch noch ich glaube da können wir das irgendwie umgehen oder kann das sein oder müssen wir eh hier rum naja ich glaube ja nicht da geht es weiter ich gehe mal in die Höhlenpassage wie gesagt vielleicht ist das ja ganz interessant hier ist hier unten nicht so du kannst da mal weg wahrscheinlich haben wir dann hier ein bisschen weniger Gegner um die wir uns kümmern müssen oder laufen können die halt flankieren ja da läuft jemand der war aber auch relativ alleine in dem Bunker da drin oh ne es sind eine ganze Menge ach das sind Turrets genau nicht wirklich da ist noch jemand drin naja wir hätten da war das Geschütz hier umprogrammieren können eine Höllen Einheit ja das waren welche mit Flammenwerfer unschön so seit da jetzt hier aber kein Geschütz mehr drin ist lohnt es sich auch nicht mehr das umzuprogrammieren oder zu hacken würde halt ein paar XP geben aber passt schon so ich würde sagen wir räuchern da oben den Bunker mal noch aus versuchen es zumindest mal hier ist ein kleines Geschenk hm es hätte eigentlich dich mit einem Schuss zerlegen sollen na gut was hat sie so leben haben wir zumindest wieder äh Muni gerade nicht wie es aussieht ne können es ein bisschen auf den Sessel setzen aber dann haben wir zumindest alles zerlegt ops fürs erste und schauen mal hier rein hm ja da ist auch wieder ein bisschen was los gerade gesehen haben ok ähm kriegen wir dich da weg jawoll kriegen wir gucken wir den noch erwischen können jawoll so lobe ich mir das doch ich weiß auch nicht ob hier noch irgendwie Gegner unterwegs sind naja ich bleibe lieber mal im Schleichmodus sicher ist sicher hier ist doch bestimmt ne ganze Menge das ist ein relativ großes Areal hier zumindest sieht es so aus so gucken nochmal ob nicht irgendwo noch Koffer rumstehen da steht zumindest ein Gegner rum wie gesagt ich ziehe das ziemlich genau auf den Kopf und der geht daneben der Schuss das ist halt eben das ist halt kein Shooter und wie gesagt deswegen nutze ich halt eben Wetz weil es mir das dann doch etwas einfacher macht was äh hier halt nicht so läuft wie ich mir das wünschen würde teilweise ne dich würde ich eher weniger abschießen so zack da bist du mal noch dran so Kollege so viel dann dazu da oben geht es ja wahrscheinlich weiter von daher von daher wie gesagt erforschen wir erstmal die anderen Sachen nicht dass wir noch irgendwas übersehen ich weiß nicht ob ich es schaffe alle Koffer zu finden ich weiß ja gar nicht mehr was das ist ob das irgendwie eine besondere Belohnung gab oder so aber wir werden es dann sehen wahrscheinlich gibt es ein Achievement allein dafür lohnt sich es ja schon schon jetzt haben wir zwei Scharflützengewehre ich weiß gar nicht gehen die Sachen hier kaputt es könnte sein dass die Waffen hier gar nicht kaputt gehen hallo war hier nicht auch noch irgendwo ein Koffer ich meine mich da dunkel dran zu erinnern ah ja guck mal da ist bestimmt wieder einer drin wir können es auch einfach aufbrechen sehe ich gerade sparen wir uns ein wenig Zeit jawoll guck mal drei Stück ich glaube so schwer waren die nämlich nicht zu finden die Koffer gut das Holoband hören wir uns in der nächsten Folge an an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao 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 ciao